Hello-hoo! Was geht? Ich... ...hab nicht aufgepasst und dachte, das Spiel wird pausiert, während man... ...Escape gedrückt hat. Äh, das passiert anscheinend nicht. So. ... ... ... ... ... So. Wie Blatt. Und Okay. Kann ich denn noch irgendwas herstellen? Ich könnte noch eine Axt herstellen, oder? Ja. Dann machen wir das noch. Produktion. Ach, ich brauche Holz. Okay. Okay. Show. Ich wollte noch eben eine Truhe bauen. Oh. Oh. Oh, das war dämlich. Okay. Dankeschön, Weed and Sun. Und hallo. Wir spielen V-Rising. Okay. Dann müssen wir uns hier ein bisschen aufrüsten. Oh. Oh, Bären. Oh, Bären. Okay. So. Oh. Okay. 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 Gucken wir uns doch mal Erol an oder wie auch immer der heißt. Bergarbeiter, Bergarbeiter, Erol der Steinbrecher. Okay. Okay. Oh, God. Hmm. Okay. Oh, God. Oh, God. Yeah. Okay. 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 Das ist kacke. Das ist kacke. Kann ich hier rein irgendwie? Ah, da oben. Okay. Ah. Hm. Oh. Oh. Ah. 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 Das war's. So, mit 52 sollte das doch ein bisschen besser gehen. So, mit 52. Oh. Oh Gott. Oh. Oh, da hätte ich C anwenden müssen. Oh Gott. Ah, sauber. Damit haben wir ihn auch geschafft. Sauber. Und dann können wir hier erstmal das ganze Kupfer farben. Oh Gott. Das ist das. Oh Gott. Was ist das? Ja, und wir haben Tag, also können wir den Tag nutzen für Sachen farmen. Finde ich gut. Nur kofferbaren. So. 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 Dekorative Steinbinder. Nice. Nice. Schloss Verlegungsherz. Mhm. Und ein Forschungstisch. Nice. Okay, dann gucken wir da unten. Hm. Show. Wow. Oh. So. Also. Wir haben. Ein bisschen Kupfer. 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 Oh. Oh. 84. Das soll wer mitnehmen. Vor allem Baba. Wow. Oh. 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 Oh Gott. Also Kupfer sollten wir jetzt erstmal reichlich haben. Verstärkte Knochenexte. Ah, beides Inventar voll. Nice. Oh. Okay, dann würde ich mal zurücklaufen. Pollen, okay. So. Oh. 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 So, eh, okay. Banditentasche. Oh. Oh Gott, sorry. So, baue und integriere mit dem Forschungstisch. Beleuchtung, Feuerschalen, Dekoration, Papier, rauer Faden. Und Bretter, okay. Okay. Ich habe ja zwei. Okay. Okay. Kupfer und zwölf Leder. Mhm. Mhm. Oh. Okay. Okay. Also brauchen wir. Later. Schattengänger. Was brauchen wir denn für. Uh. Uh. Okay. Ah. Okay. Produktion. Dominanz. Vier Wettsteine. Nein. 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 Okay. Schade. Nein. Okay. Also. No. Nein. Ja, ich weiß. Wo ist die? Nordosten. Okay. So. 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 Oh, Zauberpunkt verfügbar. Jot. Blutmagie, Lebensraub. Zauberjuwel. Chaosmagie, unheilige Magie, Illusion, Frost- und Sturmmagie. Chaosmagie. Kraftschub, Nachbeben. So. Zauberjuwel. 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 Was ist das? Okay, was passiert, wenn ich... Okay, schade. Okay, schade. Okay, schade. Okay, schade. Okay, schade. So. Wieblatt, Karte, Zauberbuch. Hier hatte ich was Nices gesehen. Oh. Weil ich den ausgewählt habe, habe ich jetzt keine Chance. Okay. 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 Was ist das? Oh, da vorne ist Schwefel. Oh, da vorne ist Schwefel. So. Alter, dauert das ewig. Oh, da vorne ist Schwefel. 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 So. Oh. 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 Nice. Okay. So. Dann geht's jetzt Richtung... In die Richtung. Oh Gott. ... ... Nein. Okay, nach links. Straßenräuber, okay. Läuft die auch hier rum? Weit entfernt, okay. Okay, weglaufen. Oh, God. Okay. Oh, hier geht's rund. Sehr nah, okay. Okay. Das war's für heute. Okay. Okay. Wo ist sie hin? So. Dann haben wir jetzt endlich... ...die Möglichkeit Gerber... ...ääh... ...Leder herzustellen. Dadurch, dass wir das V-Blatt jetzt getrunken haben. Richtig gut. No. Ach, 97. Damit können wir einen Wettstein herstellen. Dann brauchen wir ordentlich Tierhaut. So. 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 Oh. Oh. Nice. Oh. Oh. So. 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 Okay. Okay. Wie viele... Wir könnten die gucken, ob wir was... Oh. 44. Okay. Okay. Das hat ein bisschen reingehauen. Uh, schimmerndes Auge. Spektral. Das ist viel wichtiger Warenhändler. Ein Wettstein. Ohr Diamanten. Mmh. Can I interest you in a little something? Can I interest you in a little something? Wanna trade? Can I interest you in a little something? Okay. Mahlzeit. Jein. Ich hab das mal vor... ...Uhrzeiten, also als es rausgekommen ist, gespielt. Und seitdem nicht mehr. Und das ist auch schon ein paar Jährchen her. Deswegen ist das wie ein neues Spiel, wo man zwischendurch mal ein Déjà-vu hat. Das ist ganz lustig. Das ist ganz lustig. Ich spiele Solo. Ich mag das lieber, dass ich nicht abhängig bin von anderen in Spielen, sag ich jetzt mal. Spielst du das aktuell auch? Oder schon durchgespielt? Oh Gott. Ja, da... ...würde bei mir das Frustrationslevel zu hart werden. Und dann hätte ich am Ende dann keine Lust mehr. Okay. Oh. Oh Gott. Ah, okay. Wir kaufen jetzt mal mehr als ich... Okay. Das ist an sich nice. Ich bin eher in solchen Spielen hier drin, nicht wegen dem PvP, sondern eher wegen dem Bauen und Entdecken und Durchspielen. PvP ist in fast sämtlichen Spielen überhaupt nicht meins. Aber du tengo überhaupt keine Lust mehr. Ja, da objeto ich weiß. Wie bitte theatre von Leidendamento. Ja, das war es. Es war sogar nicht richtig, aber die Sonya... Das war mein Danke für den Follow Kalonia One Oh Gott, oh Gott Okay So Blutrosen So Forschungstisch Brunnenmagie und gnadenloser Bogen Tuch des unsterblichen Königs Oh Ja Ich glaube mit dem PVE Ähm Das werde ich mir auch irgendwann mal angucken Aber erstmal muss ich das Spiel kennenlernen Das ist schon wieder echt ewig und drei Tage her und Ja Ich genieße das gerade echt sehr einfach nur Zu gucken und Ja Oh 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 Ah, da ist es nur. Garten, Brunnenanlage, okay, Beredelung, Bretter und robuste Tierhaut. Oh. Nice. Hallöchen, ja, stell deine Frage. Okay. 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 Vielen Dank. Hi, was geht? It's going fine. Okay. 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 Ja, du kannst entweder im Multiplayer spielen oder du kannst auch mit auf Servern spielen. Okay. Der Kastel wird noch größer werden. Noch ein weiterer Erfolg. Oh. Yeah, I'm streaming daily and... Colony, you are a bot. Yeah. Cool. 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 Ah, it's over. Steinmasse. Okay. Are you sure about that? Yeah. Okay. 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 Sortieren. Alles mit Pflanzen. Alles mit Juwelen. Stoffe und alles andere. Okay. Okay. I cannot build here. Oh. Yeah, I'm not interested. Sorry. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 I'm not very interested in graphics and something like that. Sorry, dude. So, aber wir haben eine schöne Rüstung jetzt bekommen. So, was wollte ich denn jetzt... So, Schloss, Bretter, okay. So, okay. 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 24, oh. Wie viel brauche ich hier? 12. Ich glaube so lange können wir auch noch warten. Ich habe beschlossen. Ich glaube so lange können wir auch noch warten. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich will mal eben gucken und die neue Hose herstellen. Holzwerkstand? Nee. Oh, rauer Faden. Okay. Schattengängerhose. Die Treppe will ich bauen. Das sieht richtig, richtig gut aus. Okay. 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 Banditen der Waffenkammer. Und der ist Verfolgung läuft. Oh. Oh. Ah, der ist hier. Oh, klar, klar, klar. So. So. Oh, okay. Oh. I've got the tool for the job. Hammer you out. Oh. I've got the hammer you out. I've got the hammer you out. I've got the tool for the job. I've got the hammer you out. Oh, God. I've got the hammer you out. I've got the hammer you out. Oh, God. Oh, God. Bin ich schlecht. I've got the hammer you out. 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 Okay. I've got the hammer you out. I've got that hammer you out. Das war's für heute. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du bist in der falschen Nähe. Ich habe die Hand für den Job. Du kannst mich nicht stoppen. Ich habe die Hand für den Job. 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 Ich mache das. Bist du raus? Bist du raus? Bist du raus? Huuu! Aber nun den dritten bekommt dadurch die Möglichkeit, Wettsteine herzustellen, womit wir mehr, wie heißt das gleich noch, womit wir mehr Mahlstoffe herstellen können. Das ist richtig, richtig nice. Das ist richtig, richtig. Oh. So. Oh. Oh Gott. Oh. 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 Oh Gott. Oh. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Hilfe Oh, 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 oh Ach, Gott sei Dank Ah Ach, Gott sei Dank Phantomegges Okay Okay Das und das Okay 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 Bretter, Steine, Holz Forschungstisch Okay 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 Okay. 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 Wie funktioniert das Ganze hier eigentlich? Okay. Oh. Kann ich auch irgendwie... Okay. 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 Okay, ich habe noch keine Ahnung, wie genau das funktioniert. So, wenn ich jetzt... So, wenn ich jetzt... Oh, wir brauchen Bretter. Oh, oh. Okay, dann... So, wenn ich jetzt... 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 So, wenn... So, wenn ich jetzt... So, wenn ich jetzt... Vielen Dank. Und ein bisschen Holz holen. Und ein bisschen Holz. Blood reserves run low. Und ich habe bald kein Blut mehr. Und ich habe bald kein Blut mehr. Und jetzt habe ich beides. Okay. Schneiderei. Schmiede. Okay. Einspruch und Schlossportal. Oh. Okay. 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 So. Nice. So. Ich würde mal eine kurze Pause machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also holt euch was zu trinken und 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 dann hören wir uns gleich. Bis gleich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. 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 Vielen Dank. Hallo. Jetzt haben wir ein paar mehr Materialien. Und damit sollten wir eigentlich ein bisschen besser vorankommen. Hopp, hopp. Oh. So. Nappend. Was geht bei dir? Wie weit bist du mit, ähm, äh, wie heißt es gleich noch, äh, Foundry? Okay. 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 Ich, ähm, gefühlt würde ich sagen, habe ich das jetzt durchgespielt. Zwar habe ich noch nicht den Betrieb des, äh, Hochofen vorangetrieben, aber... Ich habe jetzt eine Roboterproduktion, die läuft. Die habe ich jetzt gerade einfach im Hintergrund laufen. auf dem Server und... Ja. Ich muss leider sagen, nach 90 Stunden habe ich es dann jetzt doch für mich, äh, beendet und warte auf die nächsten Updates. Aber nach wie vor kann ich sagen, das hat sehr viel Spaß gemacht. Faattro或 ist dann dein Termin11 euer, kommösen werdeprobieren. Okay. Vielen Dank. Danke. 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 Das war's für heute. Genau. Also das denke ich mir halt auch. Also ich habe 30 Euro ausgegeben und Preis-Leistungs-Verhältnis ist top. Da kannst du echt nichts sagen. Das war's für heute. 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 So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Vorsicht, zahl einfach ein bisschen Geld mit. Gehen wir mal auf Erkundungstour. Wie ist etwas? Das ist zu tun. Ich habe die Abwechslung und habe hier die Abwechslung. Ich habe die Abwechslung, dasciasporabschwung. Man müsste das Abwechslung und die Abwechslungerung sein. Dann würde ich den Abwechslung. Wirklich? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hupfer ist ihm mal gut. Edelsteine haben wir uns gerade geholt. Geht also gut voran. Geht also gut voran. Geht also gut voran. Geht also gut voran. Dann wollte ich mal gucken, wie der Friedhof da aussieht. Du meinst hier V-Rising? Ja, kann ich nachvollziehen. Irgendwie ist es aber irgendwie ein bisschen zu slow pace. Ich weiß nicht, ob ich es falsch spiele. Aber den Eindruck habe ich so ein bisschen. Aber ich wollte mir das mal angucken, aber ich bin ja auch nicht gezwungen zu spielen. Das ist das Gute da dran. Skelettpriester. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da hast du recht. Hat auch so ein bisschen was vom Seam her. Ja. 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 Trauerlid hier. Okay. 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 Also grafisch hat es auch ein bisschen was von Diablo 3, finde ich. was. So. Okay. 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 Aber bis jetzt macht es Laune, auch wenn das zwischenzeitlich die Bosskämpfe ein bisschen schwieriger sind. Das könnte aber eher daran liegen, dass ich mich überhaupt nicht geschickt anstelle. Würde ich jetzt nicht abstreiten. Was ich aber cool finde ist, man kann sich auch verwandeln und ist dann so ein bisschen schneller unterwegs. Später kriegt man auch noch Pferde und andere Verwandlungen. Also das ist ganz cool gemacht und anscheinend. Ich glaube, ich habe das gespielt bis hier. Und Akt 2 habe ich noch überhaupt nicht und Akt 3 erst recht nicht. Und dann gibt es auch noch Akt 4. Und ein Endboss. Ja, und das hier ist die Karte. Zwischen diesen Vampirportalen kann man hin und her reisen. Oh, das ist ein bisschen was, ne? Genau. Und da ist natürlich die Frage, ab wann verlässt mich der Spaß? Ob ich das auch wirklich die ganze Zeit zocke oder irgendwann sage, okay, ey, komm. Dann gibt es auch hier. Oh. Ja und ähm, leveln tust du hier auch nicht richtig in dem Spiel, sondern du kriegst deine Stufe über die Ausrüstung. Und dadurch levelst du so gesehen dann. Puh. Ja. Also das ist mal was anderes, aber das heißt dann halt auch, ähm... Wenn du das Maximum an Ausrüstungsstufe erhalten hast und ein Gegner zu schwer ist... Oh Gott. Muss man selbst besser werden. Und man kann nicht einfach irgendwie irgendwas farmen oder so. Ja, definitiv. Also das habe ich schon ein paar Mal hier erlebt. Und ganz schlimm ist es, äh, wenn du... Äh, das hier ist die Tageslichtanzeige. Also es gibt Nacht und Tag. Und wenn es Tag ist, äh, kriegst du dann auch noch, äh, Schaden im Hellen. Heißt du musst dich dann auch noch darauf achten, dass du dich im Schatten bewegst. Und wenn du dann auch noch gegen einen Boss kämpfst, ähm, ja. Dann hast du andere Probleme. Und weil wir jetzt hier auf dem Friedhof sind, äh, kriegen wir zum Glück im Tageslicht keinen Schaden. Das wäre nämlich sonst der Fall. Oh Gott. Große Wien der Verwüster. Oh, ich habe auch noch... Oh Gott. Ja, hier werde ich wohl sterben. Oh Gott. Ja... Das war das Problem mit dem... Es ist Tageslicht und... Ja. Aber hier gibt es ein Vampir. Weil das ist nice. Oh. 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 Bisschen Essenz sammeln. Oh, ich hab auch noch die Blutgruppe geändert. Okay. Oh Gott. Leichenstapel. Ja, genau. Oh. Oh. Warten wir jetzt noch ab, bis es dunkel wird. Und ich glaube, ich muss mal... ... ... ... ... ... Die! 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 Oh. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Oh, okay. Der war anstrengend, der Gegner. Aber noch einer der leichten Gegner, also das wird nur noch schlimmer. Ja, Gott sei Dank geschafft. Und wir haben reichlich Vorrat an Holz bekommen. Und mit dem haben wir auch was weiteres freigeschaltet. Und zwar ein Grab, ein Friedhofsdekor, Totengräberring und Grabestaub und wir können Skelette irgendwie beschwören. Über das Grab dann. Die beiden habe ich. Nashi, die Fäulnisratte. Den können wir mal verfolgen. Weil ich habe noch dunkle Erinnerungen, wie wir Nashi bekommen. Ja, aber... Es gibt so die Problematiken, wie du eben gerade gesehen hattest, wie weit wir laufen mussten, nur um wieder zu unserer Leiche zu kommen. Wenn du andauernd stirbst, ich glaube, nagel mich nicht drauf fest, aber du kannst auch deine Ausrüstung verlieren. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und dazu kommt, ich glaube, jedes Mal, entweder wenn Tag um ist oder du stirbst, werden die Gegner zurückgesetzt. Also das macht dann auch richtig Spaß. Ach, wir haben noch mehr Bücher bekommen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt zurück. Leider nicht. Ähm, allein ist es nur nachts möglich. Aber hier liegen dann auch mal so random Bären rum. Es kann sein, dass irgendwo einfach auf dich zugelaufen so ein Steingolem kommt. Oder irgendwelche Totenkopfgegner. Ähm. Dann sind hier noch Leute auf Patrouille. Das kann dir dann auch immer wieder passieren, dass du einfach angegriffen wirst. Von irgendwelchen Leuten. Und ja. Ich habe einen Zauberpunkt. Oh. Wölfshöhle. Okay. Oh, falsche Richtung. Ah, Wölfe greifen mich nicht an. Cool. Weil ich selbst kann einen Wölf. Das würde es erklären. Ja, ich wollte jetzt wieder zurück. Da war ich schon. Oh, hier. Beispiel. Lüdi, die Chaos-Bogen schützen. Stufe 30. Die kann einfach mal so random auftauchen. Und dich angreifen. Oder man greift sie selbst an. Weil sie halt auch ein V-Blatt ist. Und dich angreifen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Think on your feet. Think on your feet. Oh Gott. Oh, der tötet mich nicht. Gott sei Dank. Das wäre es noch gewesen. Musst du den komplett neu machen, weil du von einem blöden Elch getötet wirst. Ich werde nur bauen. Oh. Edelsteine. Edelsteine. So... Langbogen, Ledertasche, Lederwerkstatt. Schön. Die wollte ich eigentlich gar nicht, aber... Naja. Ein neuer Spruch im Zauberbruch. Chaos-Sype. Au. Das hier sind Stoffe. Ah... Forschung. Schattengängerweste. Marauderstiefel. Hexeneister. Phantom-Egges. Herstellung. Herstellung. Bretter und Leder. Veredelung. Grab. Grab. Also... Dann holen wir uns die. Eins, zwei. Okay. B da. Ah, Kupferbachen. Haben wir auch einige. Flüssige. Die sitzen. Metall. Blutpresse. Wettsteinknochen. Okay. Herstellung. Okay, Schneiderei, Bootbelag, Ledertasche, grauer Faden. Okay, dann stellen wir uns doch eben ein bisschen reihenden Faden höhlen wir. Stellen wir uns die her. Einfache Bergbank, Schattenjägerweste, Roderstiefel, Waffen an, physische Trefferchance. Achsgeteil, Zauberkraft. Okay, Roderstufe. Erhöht Angriffstempo. Hexenmeister. Machen das. Kupferlangbogen. Und was brauchen wir da? Kupferlangbogen und zwölf Wettsteine. Äh, dumm, dumm. So, zwölf. Zwei, also sechs. Beleuchtung. Beleuchtung. Fliegende Lichter, Grabestaub, Garten. Zäune. Oh, nice. Gartentor. Produktion haben wir, Teleporter, Grabstaub. Hatte ich hier nicht irgendwie Pflanzen? Oder war das hier drin? Oh, ich hab auch noch zwölf. So. So. Was für Gegenstände denn? Also. Oh. 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 Aus, Wände, Treppen, Tapet. Weiß. Produktion, Übungs-Dummies. Ah. Lagerung. Herstellung habe ich, Veredelung, Grab. Okay, gehen wir aber erstmal hier in Holzwerkstatt. Habe ich noch nichts. Aber ich könnte doch hier ein gnadenloser Kopf verbogen. Hm. Nice. Habe ich hier noch irgendwas. Totengräberring. Ah, ich weiß, was ich herstellen will. Oh Gott. Nein, das wollte ich nicht. Herstellung. Großhelm der Unsterblichen. Oh. Wieso ist dir kalt? Oder ist es bei dir im Zockerzimmer angenehmer als draußen? Oder ist es bei dir im Zockerzimmer? Oder ist es bei dir im Zockerzimmer? Oh, Edelsteinstaub. Oh. Oh. Oder ist es bei dir im Zockerzimmer? Oh. Schreie bin ich mir. Alles ist bei dir im Zockerzimmer. Oh Gott. Oh. Oh, nice an sich. Außer einem ist kalt, dann ist es problematisch. Aber sonst würde ich es als eher angenehm empfinden. So. Der Verschlinger. Ein Schlossherz. Ungeziefernd erst. Unbeflecktes Herz und Grabestaub. Habe ich denn unbefleckte? Und vier Grabestaub. Glas verstärktes Brett. Und verbesserte Blutessenz. Okay. Produzieren wir eine Ratte? Aschi, die Fäulnisratte. Oh. Oh, God. So. Oh, Gott. So. 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 This isn't working. Oh Gott. Ah, Glück gehabt. Und jetzt haben wir Nashi, die Fäulnisratte und soweit ich mich entsinne, können wir uns dann in was Hübsches verwandeln. Und zwar in eine Ratte. Oh Gott. Oh Gott. Lieber im Feuerlager. Wo befindet der sich denn? Nordwesten. Oh. Das war ein Spruch. Das will ich mir doch gleich mal angucken. Wir brauchen Ruhe amnettisten. Okay. Da müssen wir dann auf Jagd nachgehen. Vielleicht haben wir ja irgendwo Glück, dass wir die finden. Oh Gott. Oh. Vielleicht kriegen wir das ja hier. Oh Gott, ein Baumwächter. Können wir die hier aufeinander jagen? Cool. Ja. Dann kämpfen die jetzt erstmal hier gegeneinander. Ja. Und wir kümmern uns dann um den verbliebenen Gegner, was wahrscheinlich der Leichenstapel sein wird. Oh oh. Oh. Oh oh. Ah. Das ist gut. Oh oh. 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 Das war's für heute. Das war ja einfach. Das war's für heute. 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 Und dann hier nach rechts wieder. Dann müssten wir eigentlich nach und nach auf das Lager zukommen. Schatten. Oh Gott. Pflanze. Menschen. Und hier hoch. Oh Gott. Schatten. Oh, da haben wir... Oh Gott. 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 Was? Der greift die nicht an? Oh Gott. 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 Okay, damit haben wir Zwielichtiger Warenhändler Aua, geil, wir können aber einen Teleporter verwenden Dann brauchen wir nicht laufen Äh, bis auf die Tatsache, dass wir da nicht drüber können Warenhändler Oh. Mit den Büchern kann man sich teleportieren. Das habe ich ja völlig vergessen. Schwänerei. Schuss. So, dann kommen wir hier hoch. Ah, die kann vier platzen. Trauerlid, ja. Knochenring, den haben wir ja. Ach, die brauchen dann zwei oder was? Ah ne, äh. Die müssen hier hergestellt werden. Vier Leder, acht Kupferbaren. Vier Leder, acht Kupferbaren. Ach, rauer Faden. So. Hoa Saphir. Hab ich nicht. Äh. Hoa Topaz. Topaz. Habe ich Topaz? Oh ja. So. Und was fehlt mir noch? Zwölf Fetzsteine. Fetzsteine. Oh. 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 Oops. So... Ich kann nicht hier sein. Ah, jetzt weiß ich aber, was ich bauen wollte. Grabstaub und Grabstaub, Steinsache, Ruhe, Amplitisten. Ja, im Tageslicht. Verkupferbaren und verbesserte Essenz. Verkupferbaren und verbesserte Essenz. Verkupferbaren und verbesserte Essenz. Das wird nicht funktionieren. Verkupferbaren und verbesserte Essenz. Verkupferbaren und verbesserte Essenz. Ich werde nicht mehr machen. So. Ich jetzt? Verkupferbaren und verbesserte Essenz. Verkupferbaren und verbesserte Essenz. Verkupferbaren und verbesserte Essenz. Verkupferkat wiederum. Verkupferd und verbesserte Essenz. Verkupferd. 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 Das war's für heute. Vielen Dank. Scho. Mal kicken. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. This will not work. Okay. Zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Okay, von der Maschine aus nach rechts. Okay. 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 Ich will mal in der zweite Etage bauen. Okay. 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 Dann mal gucken, wie es hier aussieht. Nice. Okay. 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 Oh, God. Oh Gott. So. Äh... Wie kann ich denn jetzt hier weiterbauen? Oh. Okay. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist... Oh, bisschen über... Vertrieb. Jo, gute Nacht dir und schlaf gut. Bis die Tage. Ähm... Ich wollte gerade mal gucken, wie ich einen zweiten Stock bauen kann. Und bin da gerade mal am Scharen. Weil ich wollte irgendwo meine Grabkammer unterbringen. Nur verbrät das sowas von hardcore viel Rohstoffe. Ja, und das war's schon wieder mit den Rohstoffen. Aber das ist dann der zweite Stock. Ich glaube, dafür muss ich dann noch ein paar mehr Sägewerke bauen oder sowas. Und das ist... So. Ach, das muss geerdet sein. Okay, gut. Dann erden wir das mal eben. Oh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie rising war es das für heute? Ich wollte noch mal die letzte halbe Stunde in Foundry reingucken. Weil ich da ein paar Sachen gemacht habe. Also was heißt ein paar Sachen gemacht? Ich habe nur die Bandausgleicher umgebaut, weil ich festgestellt habe, dass ich total den Mist gebaut habe. Und das war heute um 16, 17 Uhr. Und da kann man doch mal gucken, was da jetzt bei rumgekommen ist. Und da kann man doch mal gucken, was da jetzt bei rumgekommen ist. Und da kann man doch mal gucken, was da jetzt bei rumgekommen ist. Und da kann man doch mal gucken, was da jetzt bei rumgekommen ist. Und da kann man doch mal gucken. Und da kann man doch mal gucken, was da jetzt bei rumgekommen ist. Und da kann man doch mal gucken, was da jetzt bei rumgekommen ist. So. Dann müssen wir doch hier mal eben gucken. Einen kleinen Moment. Ach ja, Foundry hat mich für, wie heißt das gleich noch, für andere Spiele kaputt gemacht. In V Rising zum Beispiel gerade habe ich die ganze Zeit C gedrückt. Weil ich mit der Maus raus wollte. Weil in Foundry öffnest du damit das Crafting Menü und kannst dann aus dem Fenster rausgehen. Und ich habe selbstverständlich da immer eine Fähigkeit eingesetzt. Hm. So. Die Roboterfertigung läuft. Aber ich habe was anderes festgestellt vorhin, was mir so schon ein wenig auf den Sack ging. Äh. Irgendwie funktioniert das hier mit dem Technum nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der zu wenig oder zu viele Anflugplattformen hat. Ja, das Problem hatte ich auch und deswegen habe ich mit V Rising angefangen. Ähm. Das macht zwar Spaß, aber ich bin nicht so begeistert, sag ich jetzt mal. Ähm. Mit Satisfactory möchte ich noch nicht anfangen, weil ich da wirklich auf das 1.0 Patch warte. Und mit, ähm. Wie hieß das andere noch? Äh. Techtonica. Das... Das hat mich nicht gekriegt. Ja. Genau. So. Aber ich habe hier Schwierigkeiten mit den Ziel- und Startrammen. Diese Rampe hier funktioniert ohne Probleme. Ja, das ist Ignium. Ja, Ignium und so weiter funktioniert ohne Probleme. Die hier funktioniert auch ohne Probleme. Der entlädt hier auch und alles, ne? Das läuft alles. Aber ich habe da hinten zwei Flugzeuge, die wollen diesen Technum-Standort nicht anfliegen. Ja, kann ich gerne machen. Ähm. Ich bin auch noch bei was anderem dran. Da hatte ich jetzt in der letzten Zeit nicht mehr reingeguckt. Was mich auch immer ein bisschen kitzelt ist... Und... Äh. So. 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 Das andere, was noch eine Idee war, hier mal durchzugucken, ob man hier noch irgendwas findet. Mini-Saddler sieht natürlich auch lustig aus. Das hatte ich mir schon angeguckt. Sehr minimalistisch, aber ich glaube, da kannst du dich einfach dadurch, dass das so minimal ist, Tod drinne schmeißen. Ja. Männerlords, warte ich auf ein Update. Nordland, das sah auch lustig aus. Aber ich glaube, das ist nicht so meins. Ja. Ja, muss man mal gucken. Vielleicht, ähm, worauf ich noch warte, ist, ähm, hier, wie heißt das? Summer Game Fest. Dass man da mal reinguckt, was da veröffentlicht wird. Ja, und sonst sind hier, ja. Äh, müssen wir mal gucken. Sengoku Dynasty? Ja, ich hatte auch schon an Medieval gedacht, aber das Update davon haben sie, ähm, nur für Epic rausgehauen. Oder nur für Steam. Ich glaube, Steam oder Epic 1. Steter Tropfen, höhlt den Stein. Aber das ist halt wie... Äh, wie heißt das gleich noch? Genauso wie Medieval Dynasty. Da habe ich auch schon 80 oder 90 Stunden drin. Deswegen... Äh, da weiß ich nicht. Welcome to the enhanced world. Weil Toplitz hat ja echt ein paar rausgehauen. Vor allem hier Vampir Dynasty. Okay, das könnte vielleicht ganz lustig sein. Dass man da mit Holzflöcken und so weiter ein Schloss baut oder so, ist doch vielleicht ganz cool. Jao. Ja. 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 Das war's für heute. Wow, ich hätte einfach nur... Der hat die eine Station da immer als blockiert erkannt. Oh, ist das nervig. Ja, das ist das Nervige. Äh, soweit ganz gut. Ähm, die... Das Technum ist gerade irgendwie stecken geblieben, wodurch überhaupt nichts mehr produziert worden ist, was echt schade ist. Aber jetzt fliegt der andere anscheinend... Ja. Hat er da Probleme. Und Hellblade 2... Hatte ich das gezockt? Ach, das war das. Ja, da weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eher ein Spiel, was ich mir irgendwo angucken werde und nicht selber zocken werde. Das gleiche hatte ich auch mit Dead Space. Das habe ich zwar gezockt, aber nicht so viel. Ich glaube. Dat ist Mor foundational. Ja, da weiß ich ja. Und dann bin ich da. Das ist ja Green. Und dann bin ich ja. Ich bin glaube, ich bin mir da. Das ist deliversお願い. Aber ich bin mir da. Und ich bin mir da. Und dann bin ich ja. Und du bist damit. Und du bist mir da. 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 Und du bist mit schade. Ja, also zugucken ist immer geil. Da freue ich mich auch schon drauf, muss ich sagen. Ja, bin ich einfach gespannt. Mal gucken, wie Hellblade 2 wird. So. Da kommt das Schiff endlich. Und dass der sich festlegt und sagt, okay, ich habe eine volle Landeplattform, ich lande da jetzt. Dass der nicht weiter fliegt, das regt mich richtig auf. So, dann wird hier nichts mehr hergestellt, weil ich kein Technikum bekomme, weil das Schiff einfach stecken geblieben ist. Also ich glaube, am einfachsten ist das, Landestationen und Startstationen direkt festzulegen. Weil hier ist jetzt gerade alles voll. Es wird nichts mehr hergestellt, weil ja, voll ist. Und ich kriege aber auch keine Firma Lead-Platten mehr rein, damit das hier weitergeht, weil keine Technikumstäbe hergestellt werden. Und... Das geht auf den Sack. Aber... Der hier wird jetzt erstmal voll gemacht. So. Und dann geht das hier weiter in den nächsten Reihen. Und ich glaube, wirklich am einfachsten, das hier zu spielen ist mit dem Main-Bus irgendwann. Dass du wirklich sagst, okay, ich mache hier eine fette Schlange in der Mitte. Oder ich baue... Ich habe hier in der Mitte ein Bus-System. Ich baue nur von oben ran. Und... Ähm... Mach dann zum Beispiel immer hier, dass das links abfließt. Und wenn ich sehe, okay, das ist so eine Massenproduktion, da geht dann hier überhaupt nichts mehr weiter oder nach hier. Ähm... So, dass nur hier immer hergestellt wird, dass ich dann hier den nächsten Technikumstrang ransetze oder so. Und... Äh... Dann geht das weiter oder so. Keine Ahnung. Und dann musst du halt natürlich den Bus so bauen, dass du... Zwischen den Sachen immer einen freilässt und dann halt nach rechts abzweigst zu den Maschinen. Und dann kannst du hier natürlich, ähm... Dann wieder rangehen. Das wäre auch eine Idee. So. Wer hier macht als erstes das voll. Wenn das voll ist, geht er hier weiter, weil hier ist schon voll. Ja. Wenn das dann hier unten, irgendwann nach hier unten geht, wird dann endlich wieder Wartungsdrohnen hergestellt. Oh, die werden jetzt schon hergestellt. Nice. Es kommen wieder Firma Leadplatten rein. Ach ja, und hier muss ich so ein Circle bauen. Weil... Weil... Es wurden zu viele Torsi hergestellt. Oh, da sind die mittlerweile voll. Ja, es ist voll. Das heißt, jetzt sammeln sich hier nach und nach die Firma Leadplatten an. Irgendwo außen. Irgendwo außen. Oh ja, die sind auch voll. Das heißt, wenn der Fahrstuhl hier voll ist... Das heißt, hier komplett voll ist, dann geht nur noch alles in die Produktion rein. Weil der hier hat viel zu viel nach links geschickt, aber kaum was hier rein. Also immer 50%. Und das musste leider angepasst werden. Aber wir können mal eben in die Statistik reingucken, wie viele Roboter denn hergestellt worden sind. Applikation öffnen. Verkäufe. So. Profit. Verkäufe. 62.000. Wartungsdrohnen. Und 306 Roboter. Das ist ja... So. Das wollte ich auch noch nachgucken. Ich wollte mal eben sehen, ob... Zusatzinhalte... Nein. Ich wollte sehen, ob es... Äh... Was schon ankündig noch gab. Was schon passiert? Ist ja... Ich schaue mich. Ich schaue mich. Das ist ja auch. Ja... Was ist es... Und werde mich. Tschö... less. Und... Ich schaue mich. Ich schaue mich. ...? Ja, das hat man irgendwie bei den Spielen hier recht schnell, wenn dann auch noch der komplette Forschungszweig durchgeforscht ist. Und da wiederum wäre so ein Semi-Interesse da nach Dyson Sphere, weil da sind die wirklich nochmal komplett durchgedreht. Aber das habe ich halt auch schon, okay, 321 Stunden gespielt, aber das ist eher, weil ich es im Hintergrund habe laufen lassen, damit Sachen hergestellt werden. Weil ich dann zum Beispiel sowas hier bauen wollte. Weil das dauert echt ewig und drei Tage, bis sowas dann entsteht. Aber das ist halt ganz geil, wenn du das dann wirklich umsetzt. Und als ich damit aufgehört habe, warte, wann habe ich das letzte Mal? 2021 im August. Das ist fast drei Jahre her und die haben so krass viele Updates rausgehauen. So, als ich aufgehört habe, hatte man noch nicht mal die Möglichkeit, irgendwie mit Blueprints oder sowas zu arbeiten. Und jetzt gibt es Blueprints und, und, und. Also, das wäre halt auch noch eine Option, da reinzugucken, wenn, äh, wie Rising überhaupt keinen Spaß mehr macht. Da gucke ich aber mal eben, ob es, ob es ein Server dafür gibt. Schade. Man könnte natürlich auch, äh, Factorio spielen. Subnautica, ja, auch was, aber. Ja. Also, das sind gerade die Probleme, wo ich gerade dran bin. So, und jetzt ist natürlich die Frage, kommt das Forschung, das Schiff nochmal wieder? Oder steht das da jetzt einfach nur dumm, na, nee, das steht nicht dumm. Kein ankommendes Frachtschiff. Kein ankommendes Frachtschiff. Ja. So. Oh. Ja, ähm, erschreckt dich nicht, wie... Wie viel du wiedererkennen wirst, gefühlt. Ganz schlimm ist auch... Ähm, die unterschiedlichen Farben der... Äh... Also, je mehr ich mir Dysons 4 halt angeguckt hab, ne... Ähm... Je mehr sind mir die identischen Sachen aufgefallen, wie bei... Äh, wie heißt das gleich noch? Also hier, guck mal, du bist ein Roboter, kannst fliegen. Hier hast du einen Funkturm. Aber die Bilder und so weiter sehen halt fast identisch aus. Aber, ähm, ähm, es macht sehr viel Laune. Vor allem, wenn du irgendwann anfängst, ähm... Wie heißt das gleich noch? Ähm, mehrere Planeten zu besiedeln. Und dann einen Planeten hast du nur für Dys, einen Planeten nur für Dys. Und dann hast du inzwischen Planeten, wo einfach nur deine Handelsstation drauf ist, damit du internationalen Trans... äh, interstellaren Transport machen kannst. Immer dieses Licht einstellen. Ja. Also, das... Muss ich sagen, macht auch Laune. So, kommt jetzt der Technum wieder? Ne. So, bin dann das doch einfach... Oh, doch, er kommt wieder. Sauber. Ist das hier auch schon leer? Oh ja, das ist leer. Ah, vielleicht soll ich mich da noch einen zweiten bauen. Ja, könnten wir mal machen. Sssssss. Was ich halt bei Dysons 4 nicht weiß, ist, wie das... Wieso sieht der Stream so gut aus? Warum ist das hier oben... Äh, das hier ist oben. Warum ist das oben? Äh. Und? Tadaa. Ist ja strange. Oder gibt jetzt die Capture Card auf. Das wäre kacke. Äh, Dysons 4. Was wollte ich sagen? Ah, genau. Also, ich weiß nicht, wie das mit dem Kämpfen ist und so weiter. Das war alles bei mir noch nicht. Ähm. Das Ziel war es, eine Dysons 4 aufzubauen. Das habe ich hingekriegt und dann habe ich das Spiel beendet. Und dann kam noch... Keine Ahnung, wie viele Millionen mehr Sachen dazu. Und, ja. Aber ich glaube, da kann man auch noch mal richtig Zeit rein dumpen. Weil das, ähm... Ja, auch wieder so ein unendliches Spiel ist. Das tut sehr viel Macht. Ja, ich weiß gar nicht, ob das Multiplayer-tauglich ist. Das kann ich dir überhaupt nicht beantworten. Äh, ja. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch keinen Server gefunden. Äh, ja. Aber das... Wäre, glaube ich, auch lustig gewesen. Nope. Ich Idiot. So. Acht. Äh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Klaar So Ich bin ja schon Ich bin ja schon Ich bin ja schon Ja, da hatte ich auch Aber da hatte ich halt aufgehört, weil ich Irgendwie keine Lust hatte Aber ich weiß gar nicht, kann man denn einen Server dafür erstellen? Ich bin ja schon Ja, dann ist nämlich einer immer der Host und der andere kann da mitspielen Also das würde funktionieren Okay Ich bin ja schon Also auch Steam und so weiter sagen Und da gibt es nichts Ich bin ja schon Ich bin ja schon Ich bin ja schon Ja, dann schließen wir doch die Technum-Pipeline an Ich bin ja schon Wie schlimm war ich denn da drinnen, also das hatte ich auch auf dem Server laufen Und ich bin ja schon Und ich bin ja schon Ich bin ja schon Und ich bin ja schon Und ich bin ja schon Oh, ich bin ja schon Und ich bin ja schon Und ich bin ja schon Ich bin ja schon Und ich bin ja schon Und ich bin ja schon Und ich bin ja schon So, ich bin ja schon Und ich bin ja schon Und ich bin ja schon Und ich bin ja schon So, ich bin ja schon Und 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 ich bin ja schon Los. Oh. Den hätte ich nicht löschen müssen. Okay, der ist voll. Hier kam schon lange nichts mehr raus. Der ist noch nicht voll. Der hier ist auch noch nicht voll. Und hier sind auch noch nicht voll. Aber hier sind die schon. Ich glaube, der ist noch nicht gefüllt. Das fehlt noch. Obwohl, der kann kein Output mehr. Der nimmt keinen Input mehr an. Okay, das ist schon mal gut. Der hier nimmt auch keinen Input an. Der hier nimmt auch keinen Input an. Das heißt, es fehlen nur noch Köpfe. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die mich da schon wieder zu irgendwelchen Sachen getrieben haben. Aber... Du... Ey, was willst du mit den Beinen? Ähm, du glaubst gar nicht, wie viele Spiele ich mir nur aufgrund von Gronkh gekauft habe. Es ist richtig, richtig schlimm. Warte. Und dann sind das auch noch Spiele, wo du dir denkst, what the fuck? Und dann noch schlimmer wird es, wenn du dir denkst, what the fuck? Wie kannst du das so lange spielen? Nee, fast 20 Stunden so long drive gezockt. Also, ne, das ist dann schon wieder so. Ah. Mad Games Daikon aufwiegend gekauft. Ja. Ähm. Ich will nicht sagen. Also, ziemlich viele... Ja, da war ich aber Vorreiter. Da hab ich vor Gronkh, äh, das zum Glück. Äh, gefunden. Da... Hab ich kein... Ach nee, das heißt Satisfactory. Äh, da hab ich 80 Stunden drin. Das geht so. Aber... Äh, Valheim zum Beispiel... Hatte ich... Hatte ich erst Valheim oder erst... Nee, ich hatte erst Satisfactory. Und, äh... Dann hatte ich gesehen, dass Iron Gate das rausgehauen hat. Und dann hab ich... Ballheim. Ziemlich viel... Gezockt. So. Jetzt hier ein paar... Das sind... Torsos. 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 Okay, ich habe das wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr gezockt. Ich hatte es aber auch auf, ähm, erst auf Epic und irgendwann sind die ja von Epic, ähm, Exclusivity weggegangen. Und dann hast du das ja, ähm, gratis bei Steam bekommen. Also hast von Iron Gate hast du ein Steam Key zugeschickt bekommen und, äh, konntest das dann auch bei Steam aktivieren. Also da, ich glaube bei Epic habe ich, kann man da sehen, wie viel man das gespielt hat? Finden wir es raus. Was zur Hölle ist das? Achung, drei. Boah, was auch mega geil, ja nicht mega geil, aber was ziemlich lustig war, war, äh, Lord of the Rings, äh, Return to Moria. Ja, das hat auch Laune gemacht. Aber das ist auch so ein Spiel, einmal durch und fertig. Äh, ja, ich habe zweimal Dead Stranding. Äh, wieso habe ich dreimal den Fußballmanager? Äh, eins der wichtigsten Spiele überhaupt, äh, PC Building Simulator. Wenn du gucken willst, ähm, wie dein PC demnächst abschmeißen, äh, ja, äh, sich macht. Okay, kannst du hier nichts sehen. Ähm, da kannst du einen groben Wert raussuchen. Das ist richtig geil. Also, ich habe meinen PC da eins zu eins nachgebaut. Der kommt da an fünf Prozent ran. Äh, von der Genauigkeit her. Also, das ist wirklich, wirklich cool gemacht. Ah, verdammt, ich habe es an den Falschen ran geschmissen. Hm. Hm. Fadamte. Fadamte. Hier musste ich ran. Den hier. War ich an dem hier nicht dran? Doch. Ach, dann bin ich. Hier werden noch Köpfe hergestellt, was? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich gucke mir jetzt mal die Tage, auf jeden Fall die Server-Convict und so weiter an. Und du kannst dir ja mal überlegen, was du nächste Woche Montag machst. Ich glaube, da ist deutschlandweiter Feiertag. Da könnte man sowas mal hart in Angriff nehmen. Würde ich mal sagen. Wenn du Lust hast. Also, äh, genau. Erstmal gute Nacht. Und schlaf gut. Und bis die Tage. So, dann kommen da jetzt endlich die Köpfe. Also, kann man jetzt sagen, die Köpfe rollen? Weil wir hier kopflos unterwegs sind, oder? Oh, yay. Es funktioniert. Wir haben einen Haufen Köpfe. So. Wo die Köpfe jetzt drauf gesetzt werden, werde ich auch Feierabend machen. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Einen schönen Abend noch. Und, ähm, ja. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Macht's gut. Danke fürs Dabeisein. Ähm, auch bei V-Rising. Und, ja. Morgen gucken wir mal, was wir da machen werden. Genau. Aber so, für heute wünsche ich euch erstmal einen schönen Feierabend. Alles Gute. Morgen dann wieder 18 Uhr. Auf der gleichen Welle unterwegs. Ja, also. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schönen Abend euch. Und dann bis morgen. Tschöriö. Und auf Wiedersehen. Ciao.